Es hat mich sehr gefreut, ich möchte nicht sagen für diese Menschen, sondern für diese Freundin zu spielen. Das Gefühl, wenn du jemanden nicht kennst, aber doch kennst du ihn, kennst du sie. Und es war sehr beflügelt für Menschen zu spielen, die jetzt nicht gelangweilt vom Leben sind. Es gibt ja viele Menschen, die gelangweilt vom Leben sind, weil sie oft nur träumen von etwas. Und der Grund, warum sie mal träumen von etwas ist, dass sie sehr gut wissen, dass wenn sie jetzt anfangen würden, ihren Traum Stück für Stück in Realität zu verwandeln, würden wahrscheinlich viele Menschen um sich herum aussteigen oder sich entfernen oder oder oder. Und das macht den Menschen große Angst. Aber da waren Menschen, die ich nicht nur träumen, und zwar die eine Vision haben, sondern auch die zur Handlung bereit sind. Und das ist wirklich wichtig. Ansonsten, eines Tages fühlen wir uns vom Leben gelangweilt. Und das heißt, Lebensenergie geht uns aus. Und Lebensenergie geht uns aus, wenn wir nicht unserer Sehnsucht folgen. Andererseits, wenn wir unserer Sehnsucht folgen, kann sich unsere Lebensenergie auch erneuern. Und das habe ich gesehen an diesen Menschen. Und das hat mich unglaublich gefreut und habe mich total damit verbunden gefühlt, weil das ist auch die Art, wie ich mein Leben lebe. Und das ist alles, was wir dafür chửihe. Und das ist wie es, wenn wir uns auf das sehnsucht haben. Und das ist ein Wahnsinn. Und das ist hier, wenn du das selbst entwickelt, und das ist sicher, dass wir uns auf dem Weg ändern, und das ist nicht einfach übernommen. Und das ist ja auch nur die Verwaltung und das ist einfach. Und das ist einfach immer sicher. Und das ist es ja auch nicht einfach,